Ich komm von einer Seite Nein, ich bin zu Oder? Hier unten liegt noch was Ich hab Kevin umgebracht Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars Auf dem Psytoxian Server Zusammen mit Defindos Und wir spielen zusammen gegen Also ne, wir spielen zusammen gegen Kevin Schlau und Joppy Kars Ja, und wir sind das Team Rot Wir machen sie alle kalt Weißt du, was ich habe? Ganz viele Blöcke Ja Warte Benutzt deinen Bug aus Ja bitte, baute ich rüber Zwei Nimm dir aber auch genug Blöcke mit Nicht so wie beim letzten Mal Ich hab zwei Stacks mit Okay Erstmal sind das genug So Also Let's playen und sagen einfach mal gar nichts Das ist auch ganz praktisch Ja, man muss sich konzentrieren Das ist echt so Das ist mega Konzentrationssache hier Zwölf, elf, zehn, neun Wie weit ist es denn noch? Ich hab nicht die Zeit nach hinten zu gucken Okay, ich bin drüben Hab schon Gold Ganz viel Gold Zwölf Gold Ja 16 Gold Okay Okay Ich habe 24 Silber Mach mal bitte Rüstung für uns beide Die komplette Und ich mach die Bögen Okay Vielleicht schon die Besseren Die Besseren schon? Hast du so viel? Ich mach schon, ja Also ich glaub die kostet auch sieben Bogen Der zweite Bogen, gell? Ja Dann brauchst du auch noch Pfeile Ja, fast schon Okay Jetzt brauch ich noch Essen Essen ist ja auch bei Bögen mit drin Mhm Okay Ich bin fertig Hast du das Zeug? Ja, ich brauch nur noch Schwerter Das war noch zwei Spitzhaken Genau, bin fertig Okay, ich schmeiß mir das ganze Zeug hin Dann, äh, vielleicht wird es ja eine ganz fixe Runde Okay Go, go Hast du Essen? Nee Mach dir noch Essen Ich geh schon vor Und Glöcke nimm auch mit Hab ich auch Okay, sehr gut Ein Stack Stack Weißt du wie gut wir ausgerüstet sind In Bogen 2 Das geht ab wie Schmitz Katze Aber auch leider nur ein Schwert Level 2 Hat nicht mehr gereicht Ich drück aus Gewohnheit die ganze Zeit Kevin hat mich umge- what the fuck Ich konnte ihn nicht treffen Alter, die haben einen Bogen What the fuck Du musst das jetzt schützen Hä, warum konnte ich ihn- Der hat mich voll weggehittet Hätte ich das nicht gewusst, hätte ich gesagt, er hackt, aber er hackt nicht Oh mein Gott Bam Ja, töte ihn, töte ihn Nein, geht nicht Geht nicht Du hast ihn rumgebracht Kevin, schlau wurde von Ja, Kevin, aber nicht, äh, so Okay Hast du, hast du getrunken? Alter, wieder mich penetrieren Nein Dann lauf weg, lauf zurück, lauf zurück Geht nicht Scheiße Die haben mich, die haben mich, die haben mich Mann, ich hab den Block fast Ja, die haben mich, die haben mich, die haben mich Das wird nicht mehr Ja, ja, genau Genau Ja, versuch sie noch abzulenken Ich kauf uns schon mal Rüstung und so Das wir gleich wieder hin Ich bin weg Bist du tot? Hm? Warte Was soll man machen? Ja, kein Problem Soll ich noch mal Eisen holen? Hier, nein Bleib doch hier Bauen wir noch eine Spitzhacke Hast du genug Eisen dafür? Nee Nur für die Bronze Ich hole noch Nein, 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 nein Lass laufen Nein, nein, nein Die Bronze ist wirklich schlecht Wir haben auch keine Schwerter Ich hab schon alles Ich wollte dir ja alles gerade geben Ja, ich hab noch 6 Silber Damit können wir uns die Besserung Wir brauchen einfach nur den Zeitvorsprung Das ist wichtig Es ist komplett egal, wie gut wir ausgerüstet sind Hauptsache wir sind besser ausgerüstet Hä? Ja, einer kann ja die anderen ablenken Der andere baut dann Ruhe den Block ab Das passt dann schon Du längst ab Ich hab ne zweier Spitzhacke Könnt natürlich jetzt nochmal zurückrennen Den Bogen kaufen Oh mein ne No wrist, no fun Genau So sieht es aus Jetzt kommt Kevin da Kevin ist weg Jetzt hab ich Ich weiß, was ich vergessen habe Blöcke Ja Okay, Kevin ist tot Kommst du Komm Du picas Auf du picas Ja, was machen wir denn jetzt Das ist voll tief in sich Ja, hochbauteiltechnik würde ich sagen Kommst du mit? Ja, geht nicht Ich hab keine Blöcke Das ist ja das Problem, was ich vergessen habe Woll die du picas Dann kann ich den anderen Dann kann ich den anderen Nee, mach du du picas Nein, genau Okay, das tut Längst du ab? Ich geh an den Block Sorry Nein Du kannst mich nicht schlagen, aber Alter Ein Herz Zwei Herzen Bah, das überleben wir schon wieder nicht Ich bin weg Ich hab nämlich das ganze Nein Ich hatte das ganze Gold Verdammt Scheiße Wir hatten's fast Ja So Ein halbes Herz Aber ich sneaker hier Sonst nicht Nein Ich bin weg So, geh Silber holen Schnell Zumindest haben wir jetzt die Rüstung Die beiden wieder abzuhören Holst du Silber? Ich hab in der Eile gar nicht gesehen Ob die eine Truhe aufgestellt haben Weil die so schnell ausgerüstet sind Holst du das schon? Mein Gott Ich hole schon Sehr gut Wollte ich ja wissen 22 Das ist auch mal ne Truhe bauen Okay Ich schmeiß dir schon mal alles hin Was du bräuchtest Und du schmeißt mir dann Ich hab dir das Silber angeschrieben Ja, am Essen hat's erst aufgescheitert So, jetzt brauche ich mal Hast du, weißt du, wo die Tour ist? Von ihm? Nein, wo man sich die Tour Ach, bei Schwerfern So, lass laufen Ich hab noch nicht Ich hab noch keine Brustpanzer Noch kein Schwerter Auch keine Spitzhacke Na dann baust du ja Also Spitzhacke, stimmt Tu nochmal Eisen rein Nimm dir doch nicht immer gleich alles raus Ja, ich hab gedacht Du hast dir alles genommen Okay Ich geh in die Mitte Warte auf nichts Geh zu vier in die Hose Nee, ich geh in die Mitte Die sind bestimmt nicht in die Mitte Selbst wenn einer Ist wahrscheinlich nur gut ausgerüstet Ich nehme diesmal einen Goldapfel mit Einfach mal so Weil ich noch ein Silber übrig habe Okay Ich komm nochmal zurück Und mach mir einen Bogen Hast du genug für zwei Bögen? Nein Einer Ich hab genau vier So, beeilst du dich? Ich bin dann auch soweit fertig Mach dir noch Mach dir noch Mach dir einen Goldapfel Das ist vielleicht auch noch sinnvoll Nein Ich hab jetzt nichts Okay Okay Du gehst vor Ich werde mit Bogen wegsnipern Warum vor? Ich hab die Achso Okay Oh Nein, er hat auch einen Bogen Ich kann mir einen Bogen holen Es ist wieder Gold getroppt Ich hol mir auch einen Bogen Soll ich mir einen Bogen holen? Ja, mach ich einfach Warum hat Kevin bitte auch einen Bogen? Weil die in der Mitte gerade waren Vor uns Sind in die Mitte gerusht Glaube ich Ich glaube ich Ich glaube ich Ich glaube ich Nein Nein Okay Ich komme von der andere Seite nein nein ich habe fast gehabt im blog ich habe ihn fast so scheiße ich habe die chaos noch bekommen okay sehr gut das ist echt das heißt du mir keine rüstung ich würde sagen wir machen uns einfach mal defensiv und bauen uns was in der truhe auf komm 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 44 silber gern von majolo in die mitte nein die sind dort in der mitte fuck wir müssen die mitte kämpfen wenn die zurückgehen müssen wir in der mitte kämpfen wir müssen uns einfach gut ausrüsten ich muss mal ein paar blöcke kaufen und unseren blog einbauen so kannst du mir bitte mal silber geben link in der truhe ach so okay ich sehe mal die mitte die werden bestimmt nicht mehr dort sein so und während wir die mitte sichern sammeln wir gold bauen uns richtig geile bürgen müssen die einfach nur auf distanz halten das heißt einer brauchen bogen und dann ist die sache gerippt okay ich mache momentan blog sicherung falls sie doch mal durchkommen dass wir da wenigstens was brauchen okay ich hab schon gold hier nein ich hab close down gekauft wenn du dann endlich mal zu mir kommst ich hab was ganz falsch gemacht hier close down gekauft ist doch scheißegal jetzt kommen endlich oder soll ich wieder zurück gehen nein ich gehe nicht wieder zurück ich bin da ich bin da so du gehst mir jetzt einen guten bogen den bogen kaufen ich sagen weiter gold so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Soll ich den krassen Bogen für dich machen? Soll ich den krassen Bogen für dich machen? Ja Okay Soll ich den krassen Bogen? Einfach im Chat die ganze Zeit, die Blau wurde von Team Rot getötet Getötet So Schönen Gold gespawrt Parasiten, Alter Kleine nervige Parasiten sind das Willst du deinen Bogen haben? Also ich glaube, du bist jetzt komplett ausgerüstet, besser geht's nicht Oder? Hier unten liegt noch was Ich hab Kevin umgebracht Er ist runtergefallen, sie haben gar nichts mehr Du Picard, das hat nix Ja Ja, dann nimm dir das Zeug bitte noch Dann wird mal rüber gehen Warte Geh ich den alten Bogen? Aber ich hab keinen Pfeil Jetzt geh mal mal trotzdem rüber, das ist jetzt egal Warte, hier unten Okay Die haben weggebaut Kleinen Arsch Warte Ach Mach's Tupi Chaos ist da Wo bist du? Kevin Schlau hat auch nix Oh, die kommen da Ich bin unten Kannst du mir folgen? Folgst du mir? Nein Aber ich kann kommen Kommst du? Ja Das ist super und wegen Kevin Und da hast du ihn umgebracht Ich hab nichts umgebracht Aber die sind alle da beim Spawn So Ich baue jetzt mal ab, weil es nervt ein bisschen So, lass mal rüber gehen Wir haben einen Goldapfel Goldapfel Ich hab keinen Geh du drauf Die müssen auch irgendwo eine Kiste haben Ja, egal Ich will das Block Ah, okay Ich hab ihn Ja, es fehlt noch niemand Lass mich Lastkill machen, bitte Ja, okay, mach Boah Ja, wir haben sie umgebracht Jehu Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat Dann schreibt es in die Kommentare Gebt einen Daumen hoch Und schaut doch auch bei dem anderen Video vorbei Denn Kevin hat dies Ganze auch aufgezeichnet Und ich freue mich schon auf deren Aufnahme Oh, war so richtig Okay, dann danke Wahrscheinlich voll koordiniert Ja Danke fürs Zuschauen Und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Wenn es wieder heißt Minecraft Sky Wars Zusammen mit diesen komischen Kunden Tschüss